Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Dark Zone bei der Division Beta und wir warten gerade auf den Heli, der halt gerade hier unsere Freunde abholen soll, also die Taschen der Freunde und ich bin gespannt, ob ihr vielleicht einen Abtrüniger mal vorbeischaut. Oh, da zieht schon einer rechts. Genau, denn wir bei der Kurve sind ja die Eliteeinheit jetzt hier, ja? Ja, ja, wir sind ja die Polizisten der Dark Zone, ne? Die schon hundertmal gestorben sind. Also wer unsere Hilfe bekommt, der kann sich echt glücklich schätzen. Der ist nur in Deckung da. Jetzt kommt der Heli. Jetzt wird's spannend, jetzt wird's spannend. Jetzt kommt da alle aus den Löchern. Irgendeiner das Feuer eröffnet. Aber was machen die Computer? Dreht jetzt einer am Rad? Ja oder nein? Jetzt so einer, oder, 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 oder. Der sieht gut aus. Er liefert ab. Das ist ruhig, Curry. Machen die diese Folge mal ne Sniper-Folge. Bleiben einfach mal hier sitzen und beobachten das Ganze mal. Wir werden sicherlich noch öfter Spiele vorbeischauen. Kann sein, dass überhaupt nichts passiert oder das richtig, was hier passiert. Es kann immer alles passieren. Ach du hast auch noch Loot? Ja, ja. Okay, jetzt hauen sie wieder ab, oder was? Halt, Curry, nicht, dass der uns besuchen kommt, ne? Denn du sitzt gar nicht woanders hin. Nee, der geht woanders hin. Die sind auf Containern jetzt. Und was machen die jetzt da? Auf den Containern? Ja, stimmt. Es kann auch sein, dass jemand wartet, dass, dass er dann nochmal sein Heli rufen kann. Einer haut jetzt ab. Wir müssen halt aufpassen, dass hier keiner hochkommt, ne? Läuft drüber in Richtung Tankstelle. Okay. Läuft weiter. Wir rennen weiter, warte mal. Wir laufen weiter. Wir warten, Curry. Wir warten mal. Oder einer von uns müsste jetzt runtergehen und den Heli mal holen. Aber es kommt wieder jemand. Warte mal, ich höre Steps. Ja. Da. Wie heißt der? Der rennt einfach gerade aus, ne? Kommis. Geil, ne? Kommis heißt der. Und die rechnen damit gar nicht. Also ich finde unsere Ausrüstung bisher ganz gut, eigentlich. Kenn mal kurz. Ich kann gerade nicht scannen. Ist leider am Aufladen noch mein Akku. Äh! Hallo! Schön im Auge behalten, ne? Nicht, dass er gleich gleich seine Waffe zückt oder so. Oder einfach ausflippt. Wollte einfach mal gerne wissen, was der gerade denkt so. Aber ich spreche da auch meistens gar nicht mit uns, ey. Ne. Aber ich finde gerade, wenn man hier so sitzt, ist es schon ein bisschen so spannend. Weil man immer die Leute so ein bisschen beobachten kann. Ja. Leider ist es schade, weil ich so ein bisschen schade finde, dass man seine Waffen und so nicht komplett verliert. Weil dann könnte man das wie ein Daisy Super-A-Experimente mal machen. Aber naja, gut. Es ist halt eben kein Daisy, ne? Ja. Okay, komm, jetzt ist das wieder ruhig. Boah krass, ne? Wie sich das so anhört. Zwischenzeitlich mal irgendwelche Raben. Ich hole mal den Helikopter jetzt, ja? Ja. Ich habe eh keinen Loot. Ne, ne, es geht mir gar nicht um den Loot. Ich will gucken, ob was passiert. Stimmt, Alter. Das kannst du voll als Lockmittel benutzen. Cover mich mal, Alter. Nicht, dass hier gleich einer durchdreht. Nein, ich... Ich scanne mal. Aber ist niemand. Victory. Alles klar. Zurück. Und die Spannung beginnt. Voll geil. Ich bin mal gespannt, ob wirklich jetzt hier rüberkommt jemand, ne? Boah, das ist aber schon voll arschig. Aber ist geil, wenn da jetzt welche hinkommen, dann voll der Krieg ausbricht. Ja, eine Minute. Guck mal, wie da oben die Flair fliegt, Alter. Okay, eine Minute. Von rechts. Kommt da jemand? Irgendwas rot? Ne, ich glaube, das sind einfach die Gegner. Also diese KI-Gegner, die da spawnen. Ich weiß es aber nicht. Ja, genau, diese KI-Gegner. Alles klar. Wenn die Zeit... Wenn die Zeit abgelaufen ist und keiner kommt, dann holen wir uns die mal von denen mit dem Sniper. Boah, die werden grad schon angegriffen. Von dem Spieler. Gucken wir das mal an. Ja, da unten sind welche. Eins, zwei, drei Stück. Okay. Zwei Spieler? Drei, 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 drei. Okay. Jo, Alter. Bei vier sogar. Okay, lass doch mal boah. Floyspawn ist hier, ne? Ja. Hey, wir schießen da auf uns. Da oben der Sniper. Du willst da und der Heli ist da? Okay. Abwarten. Und da welche? Ja, ja. Da unten ist einer, da unten ist einer. Was macht der denn da, der Floyspawn? Die machen da alle... Was? Was? Wut? 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 Nevermind. Hä? Nevermind. Er wollte wohl irgendwas sagen und dann hat er gemeint, wir sollen's vergessen. Also spricht er uns an und dann hat er keinen Bock mehr mit uns zu sprechen. Das ist, äh... Sorry, das ist mir zu ruhig hier. Was ist denn hier los? Es sind 5.000 Leute. Da kommt wieder jemand. Ich glaube, die wollen einfach keinen Stress. Ah. Friendly aber. Jetzt rufe ich mal den Heli. Okay, geh mal. Und? Mal die Spieße umdrehen, ey. Geht noch gar nicht. Muss eben warten. Ich muss eben warten. Die ganze Zeit die Steps heute, Leute. Oh, da ruft jemand. Der Bugs. Hey. Agent, ich nähere mich Ihrer Position. Unten kommt einer lang. Warte mal, Curry. Arrigan. Ja, die kommen ja alle lang, Alter. Kommt schon. Irgendeiner muss doch mal ein bisschen ausrasten. Wir rasten jetzt gleich aus, Curry. Willst du die abschießen, oder was? Einen holen wir uns. Komm. Vielleicht schaffen wir ja auch mal eine Menschenjagd. Alter, da muss aber schon richtig, äh, die wegballern, ne? Wie ist so jemand, der irgendwo in Deckung steht? Ah, da hinten. Guck mal. Wir warten mal. Zum Abschluss jeder Session machen wir noch einen Krieg hier. Einen Krieg, weil da kommt einer. Zwei. Und von der anderen Seite gegenüber kommt auch jemand. Ja, okay, okay. Junge, was jetzt gleich hier ausbricht, wenn wir einmal schießen, ne? Oh, eigentlich könnte ich gerade so einen Headshot geben. Wo? Da vor uns direkt. Wer sitzt da an der Mauer? Oh, links von uns ist auch einer, ne? Ich glaube, der hat auch was vor, der Kollege. Komm, schieß. Curry bereit? Okay, ja. Drei. Warte. Drei, zwei, eins. Ja, jetzt bewegt er sich gerade, alter. Okay, go. Guck, wie die alle wegstürmen. Mal pass auf, pass auf. Halt die Scheiße. Ich werde beschossen. Hä, wie werde ich denn getroffen? Hä, wie werde ich denn getroffen? Hä, wie werde ich bitte getroffen? Das kann gar nicht sein. Oh! Hat ja geklappt. Hä, wie wurde ich jetzt getroffen? Jetzt mal ohne Witz. Ja, du konntest... Ja, du konntest... Wahrscheinlich gegen den Kopf... Ich war aber hinter... Hinter der Wand. Ich werde schon wieder abgeschossen. Von wem bitte? Hat ja... Hat ja wunderbar geklappt. Nein! Nice. Nice, ey. Wir haben richtig aufgeräumt, alter. Wir hätten das wieder mit der Granate machen müssen. Ja, das ist echt so, ey. Scheiße. Okay, wir machen jetzt Respawn-Köln, dann machen wir einmal Armee. Einmal Armee? Ja, voll die Armee. Mann! Hm. Alter, die rasten dann gerade alle wieder aus, alter. Alle rasten da aus, Junge. Wir haben... Ja, wenn einer abtünnig ist, dann flippen alle direkt aus, ne? Lass mal bei Checkpoint, äh... 121 Meter Despawn, ja? Keiner weiß, wohin, alter. Komm, wir machen jetzt noch einmal Rambo. Oh Gott, ey. Die sind doch alle bescheuert. Aber die Sniper ist gar nicht so gut, ey. Ich schieße auf seinen Kopf, passiert gar nichts. Zack. Ab geht's. Komm, Köln, go. Komm, wir müssen mindestens Abtrünnigkeitsstatus 2 erreichen. Ja, genau. Alles klar. Egal, wie wir jetzt sehen, oder was? Ja. Komm, wir sind jetzt einmal böse Menschen. Schon wieder. Okay. Komm, wir gehen hier lang, Curry. Seitengast ist geiler so, weißt du? Ja. Boah. Also, wenn du einen siehst, Curry, Deckung gehen und den holen wir uns dann. Warte, komm, wir können mal kurz hier noch kurz gucken. Du mal. Hier ist die Kiste, Curry, guck mal. Rang 10. Bist du Rang 10? Ja. Ja, komm, komm her zu mir. Ich komme. Ich komme. Komm zu den Rand auf den Meter. Peter. Oh, ist denn das schöne Ding. Hier. Mach rüber an. Hallo. Was ist denn da? Der will nicht öffnen, Mann. Ich titter, mir ist kalt. Oh, jetzt. Oh, nice. Kann man doch machen. So. Okay, Curry, komm, go. Oh, ich will, ich hab Loot jetzt. Komm her, du Bastard. Wie hast du den gehauen? Mit Mausrad? Ach so. Okay, Curry, weiter geht's. Komm, komm. Wir sollten auf ein kontaminiertes Gebiet hin. Sie verlassen das kontaminierte Gebiet. Okay. Da fliegt ein Heli. Wir müssen zusammenbleiben, ne? Ja, ja. Weil sie logischerweise immer stärker als einer immer. Aber wohin? Wir brauchen noch mehr. Wir müssen in abtrünnigen Stadt noch höher leveln. Wir brauchen noch mehr. Mehr Blut. Wir brauchen noch mehr. Wo ist das? Komm Curry, go. Andere Richtung. Ach so. Ab geht's. Ab geht die Party. In uns ist der Virus ausgebrochen. Wir sind jetzt ultimative böse Menschen. Alles klar. Bin schon beschossen. Geh in Deckung. Oh, Alter. Von der anderen Seite wäre ich auch beschossen. Heilige Scheiße, Mann. Was geht da denn ab, Mann? Boah, mich haben sie, Curry, aber zwei Stück. Ich muss hier weg. Ja, Mann. Wir haben ja richtig gut aufgereift. Ja, nice. Boah, das ist so krass schwer, ey. Aber das Ding ist, wenn du abtrünnig bist, rasten alle aus, ey. Die wollen alle dich haben. Fuck, Alter. Kann man denn da Menschen jagen? Fuck. Man muss ja zu 10 rumlaufen. Boah, Alter. Jetzt töten die sich alle gerade wieder gegenseitig. Der boxt. Der boxt denn einfach um? Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie weit ihr gekommen seid. Alter. Lebst du noch Curry, ey? Boah. Leck mich. Alter. Heilige Scheiße, Mann. Das ist voll die Verfolgungsgabe. Das ist voll die Verfolgungsgabe. Hä? Ich werde verfolgt, Mann. Was lebst du denn noch? Ja. Nice, ey. Nein, das ist so schwer. Ich muss hier raus. Ach, 30 können die mal spielen, tatsächlich. Oder? Bist du Curry, Mann? Alter, ich bin tot, Mann. Bist du tot? Ich liebe noch. Boah. Was ist denn bei dir los? Komm in deine Richtung, Curry. Friendly! I'm friendly! I'm friendly! Junge, du bist so tot. Oh, jetzt geht's mir grad gut. Ich komme in deine Richtung, Curry. Warte. Boah, Mann. Ich geh hoch. Das ist die Rettung, Mann. Ich rette mich. Hihihi. Alter, manchmal ist so krasser Licht. Du siehst einfach, so krass das Licht. Du siehst einfach gar nicht mehr, wo du hin musst. Komm her, Alter. Wenn jetzt irgendjemand kommt, ne? Der ist direkt tot. Komm doch. Ich seh dich, Curry, Mann. Ich seh dich. Ich hab sie aus dem Staub gemacht. Weißt du, da machen sie sich aus dem Staub. Ja, ja. Immer dasselbe. Oh. Ja, die sind bei dir in der Nähe. Alter, was? Wo bin ich hier, Mann? Boah, Dennis. Einen hab ich, Curry. Einer deiner Verfolger. Einer salz dich ab bei mir. Wie bist du da hochgekommen? Hm? Ne, ne, ne. Der ist da oben. Der ist da oben, der Typ. Wie bist du da hochgekommen? Da ist ein Seil, Alter. Der ist da oben. Der ist da oben. Der kommt von der anderen Seite. Ja, wie kommt? Da ist kein Seil. Wo? Alter, er schießt auf mich. Der hilft eine Granate. Komm, ich komm, ich komm. Und gleich bei dir. Wo ist der? Der ist da oben. Da ist ein Seil. Geh das Seil hoch. Geh das Seil hoch. Ne, nicht dasselbe Seil. Egal, komm, go. Ne, dann holt ihr uns beide weg, Alter. Ne, warte, warte, warte. Sorry? Hä, was war das denn jetzt? Irgendjemand hat mich gemoved. Hilf mir, Alter. Hä? Ich bin grad den Darkstone schwer. Ja. Oh nein, ey, ich bin tot. Wo bist du, Curry? Ich dachte, du wärst oben. Du lebst doch noch, oder nicht? Ne, jetzt bin ich tot. Der hat mich geholt. Ah, fuck, Alter. Ja, ich konnte nicht hoch, weil der war da direkt. Komm, ich rush den jetzt. Peniskopf, Alter. Ja, genau, Alter, als ob, ey. Ich bin tot. Ja, Leute. Krass, ey. Hat aber mega Laune gemacht. Ohne Witz. Ohne Witz. War aber ne neue Folge The Division. Und jetzt auch wirklich die letzte hier aus der Beta. Und, ähm, dann geht's im März. Am 8. März geht's dann weiter. Also schon in ein paar Tagen. Ich hatte das richtige Let's Play hier auf dem Kanal. Wenn The Division denn nicht verschoben wird. Und ich hoffe, ihr werdet euch freuen. Macht einen Däubchen hoch. Und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Episode. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.